Und der volksreportierten Kongress hat sich auf morgen vertagt. Heute Morgen beim Roten Platz in Moskau. Polizisten verhindern, dass demonstrierende Kommunisten und Nationalisten auf Yeltsin-Anhänger losgehen. Yeltsin, ein Verbrecher, wird auf dieser Seite gerufen. Alle ehrlichen Menschen sind für Yeltsin, schallt es von der gegenüberliegenden Seite. Etwa 5000 Personen demonstrieren. Er ruft nieder mit den Kommunisten. Die Töne auf dem Roten Platz sind unversöhnlich. Präsident Yeltsin, noch am Morgen hatte er unter anderem zwei kritisierte Reformpolitiker aus der Regierung entlassen. Ein Zückerchen für seine konservativen Gegner. Yeltsin hat politischen Aufwind. Kongresspräsident Hasbulatov kritisiert zwar den Präsidenten erneut schwer. Jeltsins Vorschläge kommen bei Yeltsin gut an. Einige seien unterstützenswert, sagt der Präsident. Aber von der umstrittenen Volksbefragung will Yeltsin weiterhin nicht abrücken. Hingegen verspricht er mehr soziale Programme, um Härten der Wirtschaftspolitik zu mildern. Die Kongressberatungen werden zerstört.